Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin euer Odo mit unserem Let's Play Europon Universalis 4. Ich habe jetzt meine Diplomaten umgestellt. Den Papst versuchen wir nicht mehr glücklich zu machen. Wir haben 18 People Influence. Mit 50 können wir da einige Kriegstätigen, die einiges bringen. Das heißt, wir hoffen, dass wir da schnell relativ gut drauf kommen. Wir haben jetzt ein relativ gutes Verhältnis mit dem Papst. Wir werden trotzdem mit ihm Krieg führen, dann in die nächste Zeit. Naja, schauen wir mal. Zwei Kardinäle haben wir schon. Wir sind hier bei 42%. In Wirklichkeit wäre das schön, wenn das endlich gefallen wäre. Vor allem, ich sehe gerade, da sind so viele Truppen daneben, dass uns die angreifen. Ich weiß eh nicht genau, warum uns die nicht angreifen. Die sind alle viel stärker. Aber durch das, dass es nur die Vasallen vom Burgund sind, dürften die offensichtlich irgendwelche Probleme haben mit... Komm schon, 42%, du schaffst das. Wohin rennt der? Ah, was heißt die Fenders Dessert? Können die bitte ganz aufhören? Können wir bitte Luxemburg endlich einnehmen? Oh, Burgundische Nachfolgekrise. The death of the last Duke of Burgundy has made the future of the country very uncertain neighboring countries and those connected by royal marriages are already circling the opportunity. Ich meine, das weiß ich natürlich, dass das passiert, aber ich habe keine Ahnung, wie wahrscheinlich das ist offensichtlich der letzte Burgunder gestorben. Dabei hattet er eher einen vierjährigen Ehren oder so irgendwas, oder? As part of the Burgundian lands lie within the Holy Roman Empire, perhaps we should claim those parts as our legal rights. These lands belong to us. Leave it be. These lands belong to us. White peace with Burgundy. Oh, das würde unseren Krieg beenden. Wir würden... Eno, Duxemburg, Francheconte, Cambrise und Namur bekommen. Das ist ja lustig. Na, natürlich machen wir das. Das ist ja ein glücklicher Zufall. Das ist ja ein glücklicher Zufall. Schau dir was an. Jetzt haben wir gleich plus 0,26. Deswegen finde ich gut. Da hätten wir den Krieg gar nicht filmen müssen. Oh, wir haben das da oben alles gekriegt. Boah. Nur diese Gebiete hier. Und oben Holstein. Ja, und der Rest ist an Frankreich gegangen. Finde ich gut. Frankreich hat den Rest geerbt. Nein. Nein, 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 nein. Du bist Black Flag. Das heißt, du kannst da überall durchlatschen. Während diese Truppen hier das nicht können. Oder? Oh, doch können wir. Gut, dann gehst du mal da rauf. Luxemburg. Wow. Das ist ja richtig. Das ist ja richtig. Okay. Wir können schon nicht mehr durchgehen. Okay, wir können Staaten bauen. Und zwar. Oh. Wallonien. Finde ich gut. Das wird mal ein Staat. Das ist ein Monster. Staat, der ist sehr stark. Der gehört uns. Das überlegen wir uns noch. Und erstatten. Das überlegen wir uns auch noch. Das wollen wir aber schon haben, oder? Das ist alles unseres. Ja, klar. Und Holland ebenfalls. Vor allem müssen wir schon gratis starten. Da haben wir gar keine Administrationspunkte oder sonst was ausgeben müssen. In Wirklichkeit sollten wir das alles auf jeden Fall machen. Wir können die Staaten immerhin später noch immer dem anderen schenken. Oder? Schon. Oder? Schon. Das finde ich gut, dass das nicht zu Sundga dazu gehört. Also, eigentlich finde ich es nicht gut, dass es nicht zu Sundga dazu gehört. Aber... Gut. So. Das ist mal das Erste. gut. Gut. Ihr 7000 Mann. Ihr 7000 Mann. Ich latsche mal nach Wien zurück. Wir sollten mal ein bisschen kürzer treten und unsere Leute langsam aber sicher aufpäppeln. Dann wieder. Langsamer sich hier wieder aufpäppeln. Genau. Die Pikadi. Okay. Das ist ja cool. Okay. Ich würde mal fast sagen, die Klein of Hungry könnten wir jetzt auch nehmen. Ich bin nicht so sicher, wie ich das machen werde. Ich will das erst machen, wenn unsere Royal Marriage gebrochen ist. Dazu müssen wir erst sterben, glaube ich. Wieso ist Lasislaus Posthumus? Bei uns 19. Und in Ungarn... Achso, ist er auch 19. Ich bin so dumm. Ich habe den Nachfolger gemeint. Der Ladi. Ich meine, das ist ein und dieselbe Person mit etwas Glück, wenn wir sterben. Dann kriegen wir dieses Land einfach so. Das kann schon passieren. Wie alt sind wir eigentlich? Wir sind 43 Jahre noch nicht so alt. Okay. Okay. Wir könnten natürlich langsam aber sicher drauf an... Achso. Warte mal. Wir könnten auch schauen. Wir könnten auch schauen. Wie schaut das mit dem Frieden mit Venedig aus? 1464 und der Papst 1469. Wie lange habe ich eigentlich Zeit dafür, das Ding da zu machen? bis 1490. Okay. Okay. Das heißt, wir haben Zeit genug. Zeit genug. Weil das nächste Mal werden wir den Papst besiegen. Wir werden ihn als Vassalen einfach nehmen und raus. Wir werden die Gebiete, die Urbino für sich beanspruchen, wenn wir für Urbino beanspruchen. Und... Genau. So. Rivalen. Wir haben nur zwei Rivalen. Bin ich. Rivalisiert uns die Mameluken, Frankreich und die Osmanen. Vielleicht sollten wir jetzt auch die Osmanen langsam rivalisieren. Oder Dänemark, wenn es geht. Dänemark wäre eigentlich besser. Ungarn. Was passiert, wenn wir Ungarn als Rivalen nehmen? Bricht dann irgendwas? Brechen wir dann irgendwelche Bande? Hm. Ich glaube nicht. Wieso können wir Mailand rivalisieren? Wir sind doch so modig. Mal abgesehen davon, ich will nichts von Mailand, außer vielleicht einen Humiliate-Kriegsgrund und einen Humiliate-Krieg, aber nichts für ungut. Erstens einmal, wir haben noch einen Truce bis 14. Na gut. Nicht mehr wirklich lang. Mit wem sind die alliiert? Mit Frankfurt und mit Florenz? Ah, Florenz kann hier nicht ausstehen. Die soll uns Jena wieder hergeben. Andererseits wollen wir auch Frieden behalten, weil wir kriegen jetzt pro Monat 0,26. Das bedeutet, wir brauchen nur noch ein paar Monate, dann sind wir drauf 50 und dann können wir die erste Reform durchsetzen. Also Krieg wollen wir jetzt so oder so nicht führen, weil dazu sind unsere Truppen viel zu schwach mittlerweile. Aber, ich... Warte mal. Mit unseren Schiffen... 18 von 18 Schiffe. Na, ok. Keine Schiffe mehr. Da weitermal. Und gegen Ungarn wollen wir jetzt auch keinen Krieg führen. Wir wollen einmal unsere Wunden heilen. Und... Wir wollen... Too few rivals. Ok. Ich brauche einen Rivalen. Ich... Wir wollen ja Meldand als Rivalen haben. Das ist... Naja, habe ich so nicht. Das ist der einfachste Weg. Mit dem kann man Krieg führen, wenn es ist... nicht. So... Dann werden wir... Vorerst abdrehen. Uns Geld zu sparen. Wir machen minus 6,6 Geld derzeit. Ah, naja gut. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass wir unsere Einheiten zurückbauen. Langsam. Also... So, außerdem... Wo haben wir... Wo haben wir Unruhen? Die Venezianer in Südtirol? Echt jetzt? Nein, 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 nein. So gehst du mir... Gehst mal nach Südtirol um dort die Rebellion ein wenig zu unterdrücken mit den 7000 Maxeln. Finden wir nicht gut, dass das dort ist. Was ist das? Oah, bist du irre. Was ist das? Was ist das? So, was haben wir denn da für einen Typen? Da haben wir gar keinen Anführer. Das heißt, wir geben mal Dichter hier, damit wir irgendjemanden haben. Ah ja, genau. Und wir wollten schauen, wie das denn mit den Institutionen ist. Ah, wir bräuchten 409 Goldstücke, um das anzunehmen. Wie viele Kredite wären denn das? 210 einer nur. Ich will die Institution. Und zwar deswegen, wenn wir dann billiger forschen können. Zum Beispiel Militärtechnologie, die wir weit hinten nach sind. Wir sind überall hinten nach. Gott, bin ich unfähig in diesem Spiel. Gems are truly outrageous. Okay. In Antorf bekommen wir bessere Gem-Production. Wo ist Antorf? Das ist sicher eines von diesen Käfern hier. Seeland. Amsterdam. Antorf da. Oh. Oh. Fancy. 84% Autonomie. Das wäre doch ein Platz für... Warte, 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 warte. Okay. Die könnten wir, diesen Leuten könnten wir Land geben. Euch auch, aber euch will ich kein Land geben. Wohl Race Edition und Levees wäre schon nicht schlecht, in gewisser Weise. Wenn ich euch Land gebe, wird ihr glücklicher. Wenn ich euch Land gebe, dann muss es irgendwas sein, was vollkommen doof ist, was kein Mensch braucht. Wir könnten Luxemburg gründen außerdem, anstatt es uns zu behalten. Gibt es irgendeinen Vorteil für uns, wenn wir Luxemburg gründen? Ich habe nicht den Blassesten eines Schimmers. Click to return this province to Luxemburg. You will lose 10 Prestige, but the opinion of you will increase. Warum sollten wir das tun? Vielleicht weil sie unzufrieden sind, aber sind sie nicht. Um hier nicht zu sein, sind sie sogar sehr zufrieden. Warte mal, wir haben hier minus 5,59. Siehe nur auf. Die zwei heben sich auf. Okay, wenn wir die Autonomie senken würden, würden wir Unrest haben, das wäre nicht gut. Warte mal. Wir könnten Flamisch und Dutch und Wallonisch oder die Kulturgruppe zu den gleichen Kulturgruppen als Austrian. So, das gibt es uns reduced penalties. ist, wenn wir die also aufnehmen würden, nein, nicht Wallonisch, wie schon gesagt, Luxemburg und diese anderen Wallonischen Provinzen will ich vielleicht noch loswerden, sowas wie das hier, Wallonisch, Wallonisch, Flämisch, Deutsch, 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 die will ich auf jeden Fall behalten, aber vielleicht sollte ich mal sie aufheben nachher für Böhmen und Ungarn, immerhin sind das auch Kulturen, die dann sehr, sehr groß vorhanden sein werden und Deutsch und Flämisch sind sowieso in der deutschen Gruppe, aber vielleicht lassen wir das vielleicht, nehmen wir tatsächlich nur Wallonisch, hm, wie ist denn das hier, hm, keine Ahnung, ich glaube ich lasse das mal so wie es ist, oh, Venedig kann man nicht mehr rivalisieren und Mainland auch nicht, ich habe es befürchtet, okay, wer bleibt uns dann noch, Frankreich, Osmanen, Ungarn, wir werden auf jeden Fall Ungarn jetzt mal machen, my Archduke Hungary broke the alliance with us, Costly Trade Embargoes, ja, Trade Efficiency, okay, das heißt das Trade Embargo gegen, äh, gegen Venedig werden wir auch aufheben, dafür setzen wir eines gegen Ungarn, ich bin plus 41, eclipsed Venice und eclipsed Mailand, ah, deshalb, wir könnten einen Insult schicken und zwar gegen wen? Break Royal Ties, was würde das machen? Warte mal, kriege ich keinen Stabilitätsverlust, vielleicht weil ich jetzt rivalisiert bin zu Ihnen, ähm, mit wem habe ich noch, äh, mit wem habe ich noch Royal Marriages, nur mit Ungarn, das sind wenig Leute, hm, hh, 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 okay, ähm, dann machen wir mal da ein Embargo, sicherheitshalber, oh, oh, verstehe, kein Embargo, können wir sie, ähm, wenigstens insulten, ja, Wir können den Saal schicken. Wir sollten versuchen Polen auf unsere Seite zu kriegen. Würdet ihr eine Allianz mit uns eingehen? Würden sie machen? Finde ich gut. Finde ich gut. Okay, das heißt wir brauchen noch einen Rivalen. Naja, bleiben sowieso nur noch die widerlichen Gegner. Osmanen, Frankreich, England ist sinnlos, weil gegen England werden wir eh nie Krieg führen. Rein theoretisch könnten wir natürlich Frankreich nehmen, aber ich will eigentlich jetzt noch gar nicht gegen Frankreich kämpfen. Nehmen wir die Osmanen, was soll's. Keine Ahnung, ob das klug ist. Ich mach so viele dumme Dinge, also so gesehen passt das schon. So, dann haben wir wieder einmal zu viel Allianz. Das heißt, wir werden dieses Mal die Allianz mit Mainz brechen. Tut mir leid, Mainz. Ich hab dich grundsätzlich gern, aber... Und du... Du musst da den Proof-Relations machen. 49,63. Ich würde sagen, machen wir jetzt noch so weiter, bis wir die Reform durchmachen können. So, dann machen wir ein Embargo gegen... Gegen... ...Frost-Peace-Build-Spy-Network-Ish-Embargo. Gegen die Osmanen. Fast nächstes Monat. So, was machen wir jetzt? Ah, wir werden wieder ein Spy-Network gegen... ...Venedig. Warte mal, wen haben wir jetzt als Rivalen? Ungarn. Aber das ist mir wurscht. Gegen die brauchen wir das nicht. Spine-Network gegen die. Weil gegen Ungarn machen wir sowieso ein... ...ein... ...Personal-Union. So, ausgezeichnet. Die zwei mögen uns auch viel mehr jetzt. So... Ihr könntet... ...könntet ihr mir noch was geben. ... ... ... ... ... Nein, das ist sehr viel, das ist sehr viel. Da gibt es sehr viele Sachen, die man machen könnte rein theoretisch, wenn man alle DLCs hätte. Wie schon gesagt, ich habe Let's Plays dazu gesehen. So, kommt, die erste Reichsreform. Die erste Reichsreform. So, was macht die erste Reichsreform überhaupt? Alle Gebäude werden billiger. Schaut was an. Das finde ich gut. Das sollten wir eigentlich alle ganz gerne haben. Gut, ich muss irgendwie an Geld kommen. Das ist natürlich problematisch, weil... Das meiste Geld wird derzeit von meinen... ...sich langsam, aber sicher wieder aufbräunenden Truppen gefressen. Noch immer urviele Truppen. 4.500 Mann fehlen uns noch. Wir werden jetzt mal auf jeden Fall die ganzen Fours abdrehen. Wir hoffen einfach, dass das so passt. Das bringt auch ein wenig Geld. Das ist 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 ein wenig Geld. Die ganze Zeit. Das ist ein wenig Geld. In derzeit, dass wir es nicht mehr in der Stadt machen können. Das ist ein wenig Geld. documents written when the landscape may have looked quite different for someone with the right resources this can be exploited a number of prominent mobility families have used a considerable influence in being to get away with expanding the properties considerably hmm if we want to protect the property of the state we must act now let it slide was heißt das lützelburg also luxemburg kommt unter die influence of the nobility one of two options will happen rebellion jetzt wo ich das jetzt wo ich das das vorab gedreht habe spinnt ihr denn hauptsächlich nicht mehr alle eine autonomie von 84 prozent als das mit der dings mit den nubels sowieso schon verurscht fast die haben ich kein einkommen jaja dürfts haben oooohhh das bringt uns neue casus belli ok herrschaften an dieser stelle mache ich schluss für heute ich wünsche euch einen schönen abend schlaft gut und taunt was schönes und wir sehen uns hoffentlich bald wieder wenn wir wieder europa universalis spielen bis dann